Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Heute geht es ganz tief hinab, nämlich wir reden über Mariannengraben. Wir tauchen aber nicht im wirklichen Sinne tief ab, sondern metaphorisch, denn es ist ein Film, der sich mit Trauer auseinandersetzt. Und das mache ich natürlich nicht alleine, das mache ich mit Manuel. Hallo! Ja, guten Tag, freut mich. Das erste Mal zusammen. Ich hoffe, es wird gut. Aber ich glaube, der Film lässt schon mal was hoffen. Das hoffe ich auch. Ich bin Johannes. Wir reden über Mariannengraben. Das ist eine Co-Produktion aus Luxemburg, Österreich und Italien. Regie geführt hat die Luxemburger Regisseurin Aileen Böhren. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Sie hat auch das Drehbuch geschrieben, das auf dem gleichnamigen Roman basiert. Und Manuel, du kannst uns sagen, worum es im Film geht, richtig? Dich? Das kann ich tun. Den Roman habe ich tatsächlich nicht gelesen. Können wir vielleicht gleich noch mal kurz darauf eingehen. Aber der Plot ist erstmal, glaube ich, relativ ähnlich. Es geht um Paula und Helmut. Und Paulas kleiner Bruder ist ertrunken. Und sie hat eben den Verlust noch nicht verarbeitet und plagt sich mit Schuldgefühlen. Und Helmut hingegen hat seine Frau kürzlich verloren. Und ja, so kommt es irgendwann eines Nachts, dass sich beide doch ziemlich kurios, muss ich sagen, mitten in der Nacht auf einem Friedhof treffen, wo sie beide oder Paula trauert. Und Helmut versucht, seine Frau auszugraben, die Urne seiner Frau. Und dabei hilft die Paula ihm dann. Und dann hauen sie beide ab vor den Friedhofswächtern. Und das tun sie in Helmuts Wohnmobil. Und eigentlich möchte Paula dann rausgelassen werden und entscheidet sich aber ganz spontan. Ich fahre jetzt nach Italien. Und zwar an dem Strand, wo eben ihr Bruder Tim, glaube ich war der Name, genau, verunglückt ist. Und um ihm nahe zu sein und vermutlich vielleicht sich auch selber das Leben zu nehmen, ist, glaube ich, ein bisschen unklar. Und zufälligerweise will Helmut gerade nach Österreich. Und dann fahren sie einfach zusammen auf diesen Roadtrip. Und wir begleiten sie jetzt, wie sie sich erst ein bisschen neckisch gegenüber verhalten, dann aber eine Freundschaft gegenseitig entwickeln, sich auch eben viele Dinge zu erzählen haben, ähnliche Schicksale hinter sich haben. Und im Grunde Paula so ein bisschen versucht, ihre Trauer zu verarbeiten. Und ja, dabei begleiten wir die beiden. Das klingt ganz wunderbar. Genau. Du hast es schon gesagt, du hast den Roman nicht gelesen. Ich habe den auch nicht gelesen. Laut Wikipedia war Marianne in Graben eines der erfolgreichsten Debüts im Jahr 2020. Also, der kam auf jeden Fall super an und dementsprechend wurde er dann auch verfindet. Ich habe aber auch ehrlich gesagt gar keinen Plan, was so zeitgenössische Literatur angeht. Deswegen, ich habe auch das erste Mal davon überhaupt gehört, dass es einen Roman jetzt gab. Ja, muss ich leider auch gestehen. Ich wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht so, was in meinem Amazon Audible, wie auch immer, Feed auftauchen würde wahrscheinlich. Ähm, aber hatte mich, also mich hat tatsächlich einfach der Titel angesprochen, so als Naturwissenschaftler und dann ist der Titel Marianne Graben. Und dann, hä? Worum geht es da wohl? Und dann hat man aber natürlich im Trailer schon gesehen, dass es, ja, um andere Themen geht, ja, um Trauer, Verlust und so weiter. Ja, aber deutsche Produktion, oder nicht deutsche Produktion, aber deutschsprachiger Film. Und fand ich dann einfach relativ spannend. Und was ja auch interessant ist, fand ich, dass sowohl, ähm, aber wir haben es ja mit zwei Debüts zu tun. Zum einen eben Regiedebüt, ne, von Aileen Birne, soweit ich das verstanden habe. Das ist jetzt der erste Langspielfilm. Und basierend auf einem Roman von Jassim Schreiber, der auch ihr erster Roman war. Also eigentlich eine ganz interessante Konstellation, fand ich. Auf jeden Fall. Und die Regisseurin hat sich ja auch direkt zwei, äh, bekannte Stars an die Seite geholt. Nämlich, äh, Luna Wedler, die Paula spielt und Edgar Selge, der Helmut spielt, die man beide, glaube ich, aus dem deutschen Kino und oder Fernsehen kennt. Vielleicht steigen wir mit den beiden direkt ein, weil sie ja auch das, die beiden sind das emotionale Zentrum des Films. Wie haben die beiden dir denn gefallen? Äh, sehr gut. Also, muss ich sagen, wirklich, die haben beide sehr gut, ja, in Anführungszeichen harmoniert. Es war ja, es, am Anfang haben sie ja so ein bisschen, es sind zwei verschiedene Generationen, ne. Paula ist wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, 20, 25, irgendwie sowas, schätze ich mal. Ähm, Helmut, ähm, ja. Ja, deutlich älter könnte wahrscheinlich ihr Großvater sein. Und da treffen jetzt halt zwei Generationen aufeinander, die sich erstmal auch finden müssen. Und Helmut hat schon auch so ein bisschen am Anfang einen sehr trockenen Humor, ja. Der hat einfach schon viel erlebt und hat so ab und zu mal neckische Sprüche drauf und weiß eigentlich gar nicht, will er jetzt, dass Paula irgendwie bei ihm ist oder nicht. Und ähnlich geht's, glaube ich, auch Paula. Sie will hauptsächlich erstmal nach Italien oder weg von zu Hause, wo sie mit den ganzen, der Thematik einfach nicht klarkommt. Und das hat, haben sie für mich beide wirklich fantastisch rübergebracht. Also die beiden sind, wie du sagtest ja, der, der emotionale Anker des Films. Und das hat für mich super gut funktioniert, das, das zu tragen, ja. Ja, das geht mir auf jeden Fall ähnlich. Ich finde, die beiden haben eine schöne Chemie. Also ich finde, man merkt dann auf jeden Fall im Laufe des Films, dass die beiden am Anfang halt noch nicht so miteinander klarkommen, ne. Weil du sagst, sie sind aus unterschiedlichen Generationen, sie sind ganz unterschiedlich. Gleichzeitig teilen sie ein ähnliches Schicksal, wie sich dann ja herausstellt und dann entwickelt sich da ja halt diese Freundschaft, dieses Band. Und das schaffen die beiden schon ganz gut. Mir ist, aber ich fand schon sehr, dass diese Figuren, also das hat man auf jeden Fall schon mal gesehen, ne. Also irgendwie so, dass die aufgeweckte junge Frau und so der ein bisschen abgeklärte alte Mann, das waren schon so sehr klassische Rollen. Ja, das würde ich sagen, gilt so generell für den gesamten Verlauf des Films auch, dass es so ein bisschen, vielleicht ist formelhaft ein bisschen hart, aber man, es gibt jetzt nicht so die Riesenüberraschung. Man kann sich schon so ein bisschen denken, was so passiert, ne. Erst treffen sie aufeinander und es ist ein bisschen Reibung, dann finden sie zueinander, irgendwann trennen sie sich mal, merken aber, ach, vielleicht ist ja doch zusammen irgendwie besser und wir können was voneinander lernen und haben uns ja auch mittlerweile irgendwie kennengelernt. Und das zählt, glaube ich, so ein bisschen für den ganzen Film und ich würde sagen, das kommt so ein bisschen daher, dass es einfach eine Buchadaption ist, weil ich glaube, in einem Roman an sich funktioniert das oder verzeiht man das so ein bisschen leichter. Da geht es mehr so um die Geschichte an sich, um die Thematik, wo ich glaube, manchmal im Film ist man so ein bisschen, erwartet man vielleicht ein bisschen was Kreativeres, Neueres, sage ich jetzt einfach mal frecherweise. Und das hat sich dann so ein bisschen auf den Film übertragen, das heißt, der macht jetzt als Film nichts bahnbrechendes neu, würde ich sagen. Aber insgesamt haben die beiden für mich zusammen gut funktioniert und der Film hat sich auch, da kommen wir ja gleich dann noch drauf. Ja, man könnte so ein bisschen zynisch sagen, wenn man einen Roadmovie gesehen hat, dann weiß man auf jeden Fall, wie dieser Film endet. Aber man kann ja auch sagen, der Trailer macht da ja eigentlich auch kein Hehl draus oder halt auch, wenn man sich die Inhaltsbeschreibung geht. Das ist halt klar, dass die beiden am Anfang nicht miteinander auskommen und dann während dieser Reise müssen sie halt irgendwie sich arrangieren, weil sie, oder was heißt, hätten sie nicht machen müssen, aber sie arrangieren sich dann halt und sie lernen sich näher kennen. Dann hat ja auch, Helmut hat ja noch seine Hündin Judy dabei und auf einmal taucht noch Lutz auf, ein Huhn, übrigens gespielt von einer Henne mit dem Namen Henriette, so kleiner Funfact. Ja, das war ein bisschen weird, muss ich sagen. Auf einmal taucht da so eine Henne auf und dann, ich meine, ist ja okay und dann wird sich um die gekümmert und da haben sie noch mal was, wo sie so, ja weiß ich nicht, Paula irgendwie sich drum kümmern konnte und Helmut wäre es wahrscheinlich, wenn ich das so richtig im Kopf hatte, eher vielleicht relativ egal gewesen. Aber auf einmal ist halt noch so ein Charakter da, um den es sich zu kümmern gilt auf diesem Trip, ja. Eine gebrochene Seele könnte man sagen, die sich dazu gesellt, zu den auch schon gebrochenen Seelen. Das ist ja allgemein im Film immer so der Fall, also ich finde, das ist schon so ein sehr typisches, auch finde ich, so ein deutscher Gefühlsfilm, aber der versucht dann ja immer mit so absurden Humor da so irgendwie so schräge Momente zu erzeugen. Also es gibt dann auch einen Trailer, da sieht man halt so eine Gruppe von FKK-Lern, die auf einmal in einem See tauchen oder halt auch, wie die beiden sich begegnen auf dem Friedhof. Das ist schon, du hast auch schräg gesagt, hat dir das gefallen oder fandst du eher, dass es so ein bisschen nicht reingepasst hat in den Film? Nee, das fand ich tatsächlich sehr gut, also wie das so miteinander verwoben war, dass man, man hat halt, ne, dass ich diese FKK-Gruppen, Wandergruppe, die da vorbeikommt, das ist halt auch so mitten in einer Szene, wo jetzt gerade Helmut halt die Asche seiner Frau verstreut und so ein richtig bedrückender Moment oder zumindest will er das gerade. Und auf einmal kommt da, ja, diese Gruppe vorbei und macht die ganze Stimmung kaputt, ne? Und das kann man jetzt vielleicht nicht mögen, aber ich fand, das hat so ein bisschen einfach auch die Leichtigkeit wieder reingebracht in solche Momente. Und dann, ja, muss der halt weiterziehen und das an einer anderen Stelle machen und so. Und ich fand, dass insgesamt hat der Film das gut geschafft, so eine Balance zu halten aus schweren, tiefgründigen Momenten. Auch, sie haben einmal eine Szene, wo sie sich an einem anderen See dann lang unterhalten und auf einmal spielt ein Song im Radio und es wird getanzt und so, ne? Und dass diese Dinge einfach gut miteinander verwoben wurden, hat mir von der Balance her gut gepasst, muss ich sagen. Ja, das stimmt, da kriege ich es ganz gut hin, diese Ups und Downs so, ja, abzuwägen. Ich finde, der Humor hat, finde ich, mal besser für mich funktioniert, mal schlechter. Also es gibt eine Situation, wo die beiden von der Polizei angehalten werden und da war irgendwie schon sehr klar, wie das abläuft, weil wenn natürlich der alte Mann und ein junges Mädchen da lang fahren, dann ist irgendwie dann doch klar, wie man die Bullen irgendwie quasi überzeugt, sich dir dann doch fahren zu lassen. Und das war manchmal so ein bisschen, es war so erwartbar halt, wo ich dachte, okay, ich weiß jetzt schon, was passiert. Und das funktioniert dann vielleicht, weil die, die darstellen, das irgendwie mit Energie rüberbringen, aber so richtig geckig falle ich es dann auch nicht. Ja, das zum Beispiel, wenn ich das richtig verstanden habe, auch eine Szene, die es im Buch so gar nicht gibt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was ich meinte, ja, im Buch funktionieren so Dinge vielleicht einfacher, aber im Buch gibt es die Szene gar nicht, weil vielleicht das jetzt gar nicht notwendig ist, wohingegen in einem Film man sich jetzt sagt, okay, wir müssen nochmal irgendwie so ein bisschen Spannung, ein anderes Element nochmal reinbringen in den Film. Und das lösen wir dann über diese Szene, die ja natürlich vorhersehbar war, wie aber, finde ich, eigentlich eben das meiste am Film. Ja, also ich glaube, da muss man sich schon so ein bisschen darauf einlassen, dass das passiert. Und auch die, was du am Anfang sagtest, die Szene, wie sie sich auf dem Friedhof treffen, ich meine, das ist halt völlig absurd. Aber das kann man halt einfach hinnehmen, damit man dieses Setting bekommt. Und wenn man da schon raus ist, dann wird es, glaube ich, schwierig für den Rest des Films. Und genau, die beiden müssen irgendwie im Wohnmobil landen und dann zusammen diese Reise begehen. Und dann ist es halt so eine, ja, ein bisschen Grabschändung. Ist das schon Grabschändung? Vielleicht. Offiziell wohl schon, denke ich, ja. Am Ende fährt der Film ja nochmal so, wir verraten jetzt nicht das Ende, aber er fährt ja nochmal, also die richtig harten emotionalen Gefühle auf. Da sollen wir nochmal so richtig krass was fühlen. Warst du da mit an Bord oder war dir das zu viel? Zu viel? Also, mir kann man so Sachen schon immer gut aufdrücken. Ich bin ja nicht jemand, der sagt, ah nee, das war mir jetzt aber zu viel. Ich lasse mich da eigentlich gerne drauf ein und gerne drin fallen. Und ich muss es jetzt nicht so super, ich sag jetzt mal, zwischen den Zeilen oder so haben. Von daher fand ich es okay und ich fand das halt so im Gesamtkonstrukt von der Geschichte, die vorher passiert ist, den ganzen Schicksalsschlägen, die wir gehört haben, was so passiert ist in derer beider Leben, fand ich das eigentlich immer recht schön, muss ich sagen. So ein schön emotionales Ende nochmal. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für manche dann doch vielleicht ein bisschen zu emotional triefend ist, so sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie es für dich war. Ja, also einerseits ist es schon irgendwie das logische Ende für so einen Film und ich weiß auch, welche Knöpfe der Film da drücken möchte, aber mir war das dann manchmal so ein bisschen zu viel, wenn dann irgendwie nochmal so ein Song eingespielt wird und am Ende dann, es gibt so eine zentrale Szene, wo Luna Wedler auch nochmal so richtig weinen darf. Also da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt dieser Moment, wo sie einmal zeigen kann, was sie schauspielerisch drauf hat. Ja, verstehe ich. Also kann ich schon nachvollziehen und ich kann auch mir vorstellen, wenn das so ein bisschen anstößt. Ich komme damit immer ganz gut klar. Also von daher für mich passt das. Jetzt kommt der Film ja in die Kinos und ich war bei dem Film, also ich weiß immer nicht, ob das irgendwie böse klingt oder nicht. Ich habe so überlegt, warum kommt der in die Kinos und warum läuft der nicht im Fernsehen? Weil ich finde, der ist jetzt nicht sonderlich aufregend inszeniert, oder? Ja, er ist halt in allem, was er macht, sehr klassisch und sehr bodenständig, würde ich sagen. Ja, das stimmt schon. Aber dadurch, dass, ich würde sagen, dadurch, dass er ja auch, er hat ja schon ein Thema auf jeden Fall und eine Message, die er erzählen möchte. Und es geht halt um eine Trauerbewältigung und wie gehe ich mit den ganzen Dingen um, die mich da auch selbst zweifeln und Schuldgefühle vielleicht. Und wie lasse ich mir dabei auch helfen oder auch nicht. Und gleichzeitig hat man halt diese, schon diese witzigen Szenen. Also ob das jetzt, ich finde schon besser als 0815, sag ich mal in Anführungszeichen, Fernsehfilm. Darum denke ich schon, dass man das machen kann im Kino, würde ich sagen. Ich finde schon, dass der seine Berechtigung im Kino hat. Und das ist natürlich jetzt auch mein Vorurteil, weil ich habe seit sehr, sehr langer Zeit überhaupt keinen Fernsehfilm mehr gesehen. Also deswegen kann ich es schwer so vergleichen. Er ist halt, genau, du sagst, er ist irgendwie sehr klassisch, er ist sehr unaufgeregt. Ich finde, es gibt ja so zwei Sachen, die mit Lunas Trauma und Trauer zu tun haben. Also da beginnt der Film ja mit und das sieht man auch im Trailer. Und dann gibt es immer wieder Szenen, wo sie halt unter Wasser taucht. Und das fand ich von der Idee her irgendwie nett. Aber dann gibt es ja immer dieses Voice-Over, wo sie nochmal erklärt, wie sie sich fühlt. Und da habe ich gedacht, das hätten sie auch weglassen können. Also diese Szene an sich hat ja schon wie schon so eine Kraft. Und dann muss sie aber immer nochmal erklären, wie sie sich fühlt. Ja, ich glaube, da habe ich mir auch aufgeschrieben, die Szenen haben für mich auch so mittelmäßig funktioniert. Ich fand es also, war schon klar, sie ist jetzt irgendwie eben selber im Marianngraben so tief unten und wird halt erdrückt von dem Verlust ihres Bruders und ihren Schuldgefühlen. Und im Buch ist es jetzt so, dass mit den Kapiteln, die Kapitel heißen im Grunde, wie tief sie gerade ist. Also einfach eine Zahl. Und sie taucht nach und nach über die Zeit weiter auf, bis sie irgendwann wieder an der Oberfläche ist. Und im Film hatte man dann immer diese Szenen, die eingeblendet wurden, die auch völlig okay waren. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung mehr, was im Voice-Over geredet wurde. Also das war bei mir so ein bisschen wahrscheinlich wie bei die. Irgendwie ist das so durchgezogen. Also ich kann mich an gar nichts erinnern. Und ich vermute, dass sie das aber eingebaut haben, vielleicht auch aus dem Zitat aus dem Buch. Ich bin mir nicht sicher, weil ich es ja nicht gelesen habe, um so ein bisschen zu verdeutlichen, dass sie nach und nach so nach oben kommt. Da müsste man jetzt nochmal gucken und nochmal schauen, was das Voice-Over sagt. Weil das war mir nicht so ganz klar, dass so über die Zeit, über die Szenen sie im Grunde an die Oberfläche taucht. Bis dann zur letzten Szene, wo sie an der Oberfläche ist. Da habe ich dann, ah, okay, das habe ich jetzt verstanden. Und ich glaube, das ist da so ein bisschen, hätte man besser inszenieren können, glaube ich. Oder vielleicht irgendwie, ah, mit Text ist es immer ein bisschen billig. Aber da hätte man, das hätte man mir deutlicher machen müssen, weil ich es ehrlich gesagt nicht ganz gecheckt hatte. Ja. Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, in dem Buch ergibt das dann natürlich Sinn, so als Kapitelübergänge. Das fand ich, war hier, also wahrscheinlich, schätze ich mal, war das hier auch so gedacht. Aber für mich war es dann doch eher so ein bisschen, ja, wahllos eingestreut. Und ich bin da bei dir, da hätte man wahrscheinlich irgendwie nochmal mit, weiß ich nicht, mit Ton, also irgendwie so ein Rauschen, das war ja auf jeden Fall da. Oder irgendwie, weiß ich nicht, mit der Helligkeit im Wasser vielleicht. Vielleicht wurde das auch gemacht und vielleicht war das zu subtil, das kann sein. Aber ich bin da bei dir, ich habe das auch schon mir, man hat sich irgendwie denken können, okay, ne, ihr geht es jetzt immer besser, je länger sie sich mit Helmut da austauscht. Aber ich bin da bei dir, das hätte man irgendwie noch besser umsetzen können. Ja, oder zum Beispiel so eine, man hätte ja auch, ja, ganz unten gibt es ja irgendwie im Grunde gar kein Leben mehr oder zumindest jetzt kaum, dass wir es wissen. Ich glaube, der tiefste oder in der tiefsten Stelle ein entdeckter Fisch war irgendwie bei 8000 Metern oder so. Und dann so langsam tauchen vielleicht sogar mehr Tiere wieder auf und mehr Leben in dem Wasser. Und da hätte man, glaube ich, ein bisschen mehr zeigen können. Aber da wäre es wirklich, glaube ich, interessant, einfach jetzt mit dem Wissen nochmal zu gucken. Oder wenn ihr draußen den jetzt noch nicht gesehen habt, da vielleicht ein bisschen drauf zu achten. Oh, sehr gut, sehr gut. Ähnlich ging mir das mit der anderen Sache, die sie quält. Also ich finde, das kann man, glaube ich, sagen, sie sieht ab und zu ihren verstorbenen Bruder. Und auch das, also ich fand das von der Idee her schön, auch, ne, sie akzeptiert noch nicht, dass er halt gestorben ist und deswegen imaginiert sie ihn sich. Aber auch das war so ein bisschen, weil mal sollte einen das irgendwie emotional treffen und dann war es wieder so als Gag inszeniert. Und das fand ich auch ein bisschen kurios. Ja, es war so ein bisschen, ja, wie du, so ein bisschen wechselhaft, ne. Er taucht ja auch eigentlich, immer wenn er auftaucht, weiß er ja Dinge, oder oft zumindest, die ja Luna zum Beispiel, Paula zum Beispiel ja gar nicht weiß. Und auch wirklich noch nicht wissen kann. Und dann überprüft sie das und dann wusste er es aber und sie wusste es dann auch. Ja, das war manchmal vielleicht ein bisschen inkonsequent, aber habe ich mich jetzt nicht dran gestört, muss ich sagen. Ich fand das eigentlich ganz nett. Okay, ich bin gerade am überlegen. Abgesehen, man kann auch sagen, natürlich bietet der Film dann gerade in Südtirol und in Italien einige sehr, sehr schöne Landschaftspanoramen. Das ist ja immer schön anzusehen. Da sagen wir nicht nein. Ja, genau. Da gibt es mehr zu sehen, als in der Tiefsee. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bevor wir zum Fazit kommen, hast du noch was, was du ansprechen möchtest? Ich könnte nur auch noch ein Funfact droppen, wo du gerade auch schon eingedroppt hast. Dachte ich, einen habe ich auch rausgefunden. Und zwar, sie reist ja nach Trieste, weil dort, oder möchte nach Trieste, weil der Bruder dort ertrunken ist am Strand. Und die, ja, ich glaube, mal korrigiere mich, wer mal das Buch gelesen hat, ich glaube, im Buch ist es nicht Trieste, sondern irgendeine andere Stadt. Aber das erste U-Boot, mit dem 1960 Menschen in den Marianngraben abgetaucht sind, hieß tatsächlich Trieste, weil das in Italien entwickelt wurde. Oh. Kleiner Funfact am Rande. Schönes Easter Egg. Genau. Funktioniert natürlich auch, falls das Buch auch in Trieste ist. Aber sonst, nee, haben wir eigentlich, glaube ich, ganz gut abgekaspert, was ich mir hier so aufgeschrieben habe. Von daher können wir gerne zum Fazit schreiten. Perfekt. Dann gehen wir mal zum Fazit. Ich fange mal an, weil du, glaube ich, ein bisschen positiver dem Film gegenüberstehst. Ich fand, der war halt sehr unaufgeregt und super, also, ne, der war halt super vorhersehbar. Ich muss, also, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gehört hatte. Ich fand, es ist so Kamillentee-Kino. Das ist irgendwie, das guckt man sich an und man kann sich dabei gut fühlen und man ist so ein bisschen emotional ergriffen. Und das war's dann auch. Ich glaube, wenn man das möchte und das erwartet, dann kann man damit glücklich werden. Wenn man aber, glaube ich, irgendwie so ein bisschen überrascht werden möchte oder jetzt nochmal denkt, okay, das ist jetzt was Spannendes, Neues, Anderes, dann ist Marianne Graben, glaube ich, nicht der richtige Film für euch. Was sagst du? Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, dann ist die Frage so ein bisschen wie Erwartungshaltung. Es ist oft so die Frage natürlich, was erwartet man jetzt von dem Film? Und ich glaube, was, wenn man einen Film haben möchte, der, man kann den wirklich so ganz gut einfach gucken. Ja, das ist jetzt nicht sonderlich herausfordernd, würde ich sagen. Und obwohl er eine schwere Thematik hat, die vielleicht in anderen Filmen auch schwerer oder detaillierter noch thematisiert wird, gibt es hier einfach schöne, leichte Szenen, die dazwischen sind. Und es ist einfach, fand ich, ein netter Umgang in dieser schwierigen Thematik. Und ich fand die Chemie zwischen Luna Wendler und Edgar Selger einfach super, hat mir gut gefallen. Und es war, glaube ich, von Anfang an so schon klar, dass der Film das Rad nicht neu erfindet. Aber wenn man sich darauf einlassen kann, dass das jetzt einfach ein Film ist, den man halt mal guckt und mitnimmt und eine gute Zeit dabei hat, auch ein bisschen emotional berührt wird, dann kann man sich den schon angucken, würde ich sagen. Wunderbar. Dann kann ich jetzt nochmal sagen, weil ich glaube, das habe ich am Anfang völlig vergessen zu sagen. Der Film startet ab dem 7. November in den deutschen und österreichischen Kinos. Also wenn ihr jetzt Bock habt, da zu gucken, wie die Reise von Paula und Helmut ausgeht und wie sie sich anfühlt, dann könnt ihr das machen. Ansonsten, den Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ihr könnt gerne auf unserer Website vorbeischauen und natürlich sehr gerne in unseren Discord-Server abtauchen. Und da gerne mit uns über Filme diskutieren. Natürlich auch sehr gerne, wenn ihr Marianne Graben gesehen habt, dann sagt uns gerne, wie ihr euch gefallen habt. Vielleicht auch ähnliche Filme, da gibt es ja bestimmt noch einiges, was in die Richtung geht und vielleicht noch mal so ein bisschen emotional ergreifen kann. Dann sage ich schon Ciao, Ciao und Manuel, du hast die letzten Worte. Ja, sagt uns doch mal, was wir in den Tiefseeszenen verpasst haben, jetzt wo ihr wisst, dass ihr darauf achten müsst. Und dann schauen wir mal, ob wir da noch einfach was übersehen haben und ihr uns weiterhelfen könnt. Und zwar auf dem Discord und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.